Amy ist aber auch nur süß, weil sie Argumente hat. Gibt's doch zu. Sie hat halt Argumente. Ich hab echt vergessen, wo der Raum war. Nee, von da sind wir gekommen. Da war das. Ich hab's echt vergessen, ne? Ja, ich mein Argumente. Wo war denn? Wo war denn der Raum? Da sind wir hergekommen. Ja, von hier sind wir auch gekommen. Ich suche jetzt die Keycard, die wir beim allerersten Mal, bevor wir das erste Mal bei dem Vieh verreckt sind, hatten wir auch schon eine Keycard gefunden, in so einem Labor, wo die Viecher auch rausgestürmt kamen. Warte mal, ich geh jetzt nochmal ganz zurück hier. Vielleicht war das auch da. Argumente doppelt. Oder war, ist hier noch ein Eingang? Nee, ja, hier war nichts mehr. Hier komm ich nicht mehr lang. Also ich hatte, nee, auf dem Schrank, das war dieser kleine Schlüssel, wovon wir drei gebräuchten. Und dann war ich in so einem Laborraum, wo er sich hier an den Rechner gesetzt hat. Ich hab's echt vergessen. Nee, also auf dem Schrank, das war nur der kleine Schlüssel. Wir waren irgendwie in so einem Labor. Ich brauche halt die zweite Karte dafür. Tja, weil ich's nicht wiederholt hatte. Weil ich mir dachte, da kommen wir eh nochmal lang. Von da kommen wir. So. Das ist auch zu. Ach, Alter. Da sind wir jetzt durch. Der geht... Was ist das hier? Irgendwas klemmt dahinter. Quatsch. Quatsch. Ihr seid nicht unbrauchbar. Ich hab nur vergessen, wo ich die zweite Keycard herhabe. Hm. Hm. Die war dann nämlich hier oben. Bei Objekten. Da hatten wir nämlich noch eine zweite. Aber wo war denn dieser dumme Raum? Warte mal. Ich guck mir jetzt erstmal diesen Kasten hier an. Braucht er überhaupt drei? Ja, natürlich braucht er drei. Was auch sonst. Das nehmen wir mal noch mit. Ach so, das war die Geschichte, genau. Genau. So, wir gehen jetzt hier durch. Dann sind wir wieder hier. Und dann bin ich hier lang da. Da hat das Monster uns angegriffen. Hier ist ein Patient. Die Tür ist zu. Da ist der andere Patient und die Tür ist doch auch zu. Da kamen uns die Viecher aus diesem, aus dem Büro halt da rausgesprungen. Nee, das ist nicht da, wo der Speicherplatz war. Da sind wir jetzt vom Fenster nach... Also, wir sind ja außenrum da rein. Wo der jetzige Speicherpunkt war. Oder meinst du den alten? Guck mal, hier ist doch nichts mehr, oder? Nein. Hier komm ich halt nicht mehr rein. Ach doch! Ah! Ah! Genau so war das. Warte. Und dann sind uns die Viecher nämlich entgegengekommen. Jetzt frage ich mich aber gerade, wo die beiden hergekommen sind. Durch das Fenster, oder? Sehr seltsam. Alles klar. Okay, wir rüsten ihn jetzt erstmal wieder hier mit aus. Und wer einer von euch stirbt jetzt? Den alten. Ja. Ja, genau. Der Professor war ja... Der war ja schon im Krankenhaus. Der kommt nämlich easy peasy durch. Sag mal, seht ihr den Stream gerade noch? Weil irgendwie ist hier gerade ein Fehler bei mir. Bei mir ist gerade ein Fehler aufgezaucht. Bei euch ist alles okay. Gut. Nö, jetzt... Jetzt geht's anscheinend auch wieder. Ne, bei mir stand gerade Netzwerkfehler. Deswegen war ich gerade voll irritiert. Aber wenn's bei euch läuft, dann ist ja gut. Dann geht's weiter. Und die Maus ist wieder im Weg. Ähm... Ja, sobald er nämlich die Türen öffnet... Äh... Wo waren die Keycard? Die lag jetzt nämlich da in dem Raum. Ist hier noch irgendwas, was wir mitnehmen konnten? Ich weiß es gar nicht mehr. Tür ist blockiert. Natürlich ist es alles blockiert. Zwie in Silent Hill. Das ist auch immer alles blockiert. Auf jeden Fall kommen hier gleich die Viecher raus. Hier kommt einer durch die Wand. Und dann geht's rund. Und dann sterben wir wieder. Instantly. Ähm... Äh... Ihr seht das auch... Ich hab einen schwarzen Bildschirm. Warum? Oh! Ach, guck er an. Wir haben... Okay. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber... Ähm... Seltsam. Seltsam. Jetzt bitte noch ein Bug. Das wäre ja alles wunderbar. Ja, Amy ist schon wieder kurz am Verrecken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was hier passiert ist. Und hier war auch nichts zum Heilen, ne? Haha. Aber ich glaube, jetzt kam auch nicht mehr groß was. Hier ist auf jeden Fall halt die zweite Kieker. Bei euch ruckelt das immer. Oder zumindest ruckelt das bei mir manchmal. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch manchmal so ruckelig ist. Wenn ja, dann tut's mir leid. Also meine Verbindung ist eigentlich ganz gut. Naja, wir werden eh gleich wieder sterben. Beide Serum haben wir ja jetzt nicht, ne? Oh, doch. Wollen wir das mal Amy geben? Scheiß drauf jetzt. Wir müssen's Amy geben. Das wird gleich wieder was kommen. Ich lade vorher nochmal auf. Ich lade vorher nochmal auf. Bevor ich hier irgendwas anderes mache. Ja, es ist jetzt nicht so optimal. Das stimmt schon. Aber das war gerade so ein Moment, wo ich mir dachte, nein. Der Moment gerade mit dem schwarzen Bild, das war irgendwie so strange. Aber okay. Ist ja nur manchmal, ne? Nicht so extrem. So, wo war denn der Kasten? Der stand hier vorne. So, ja, warte mal. Was ist drinne? Ne Armbrust. Und jetzt? Ach ja, die Key Cards. Ach, jetzt hatte ich gerade einen Hänger. Ich wusste gerade nicht, was ich tun muss als nächstes. Aber wir haben ja jetzt beide Key Cards. Das ist gut. Da ist gut. Da ist gut. Da kommt jetzt bestimmt gleich der nächste Bosskampf. Ja, ich habe jetzt zwei Key Cards. Das ist korrekt. Du musst die Karte zweimal durch den Leseschlitz ziehen. Ich check das gerade nicht. Ich habe jetzt beide Karten. Ich dachte, ich muss die gleichzeitig da durchschieben. Hm. Aber es geht nicht. Warte mal. Ich habe jetzt diese beiden Dinger. Ja. Das checke ich gerade nicht. Hier steht zwar benutzen, aber... Ich kann sonst nichts machen. Das checke ich nicht. Ich dachte, ich brauche jetzt beide Key Cards, damit ich die gleichzeitig da durchmache. Aber egal wie oft ich auch A drücke, das geht halt auch nicht. Hm. Geht das? Also ich bin jetzt bei Objekten, aber ich kann mit den Sachen dann auch nichts machen. Ähm... Nee. Ich kann die nicht verschieben. Kettenwege. Ich kriege die halt nicht. Weggeschoben, ne? Nee. Nee. Das ist jetzt komisch. Weil hier ist nur noch ein Weg. Ich weiß sonst nicht, wo ich sonst hin muss. Das ist doch schon wieder ein bisschen tricky hier, ne? Das ist doch bestimmt schon wieder so blöd, dass ich irgendwas übersehen habe. Mein Trinken ist auch alle. Wunderbar. Nee, das erschließt sich mir gerade nicht ganz. Ja, mein Trinken ist wirklich alle. Das erschließt sich mir gerade nicht. Nicht, dass ich jetzt einen zweiten Mitspieler brauche. Ach. Warte mal. Ah. Ah. Okay. Wir haben kein Serum mehr. Wir haben ja noch ein paar Jahre. Wir haben ja noch ein paar Jahre. Wir haben ja eine Beziehung. Wenn ich das kann, dann gibt es keine Grund für dich zu verlieren. Es hat zwei Jahre, Kenny. Nicht nur aufzunehmen. Du hast immer noch das stärker. Und ich... 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 Ich kann nicht mehr nehmen. Dann bist du ein bisschen, mein Bruder. Wird auf und... ...sauber deine Leben, bitte. Hm, wir haben kein Serum mehr. Ach, jetzt geht der wieder, oder was? Die laufen übrigens von alleine. Und das ist sehr, sehr langsam übrigens. Ja, und jetzt? Hä? Ja, und was soll ich jetzt tun? Was soll ich denn hier tun? Ach so, das war's schon. Ach, und die Leiche sieht er jetzt erst. Aha. Das ist so strange. Ach. Ja, ich hätte gerne erschossen, aber ich konnte nichts machen weiter. Das war jetzt auch wieder so... Was ist denn das jetzt? Was ist das jetzt für eine Scheiße? Ich seh doch nix. Wenn ich deswegen jetzt gestorben wär! Ist da noch eine? Was war denn das jetzt für eine Aktion? Toll! Jetzt sterben wir wegen so einer Kacke. Es ist doch nicht... Es ist doch nicht dein Ernst. Ha! Keine Herzen, wir werden sowas von verrecken. Wir haben... Oh Gott! Ist das schlecht. Ist das schlecht. Wo ist eigentlich die Schrotflinte? Jetzt haben die auf einmal keine Schrotflinte mehr? Konnte man die nur einmal benutzen? Sind wir jetzt auch im Krankenhaus? Nee, ich will da nicht rein. Da erwartet uns nichts Gutes. Dann lasst mich rein. Ich brauche Medizin. Äh, das hier vielleicht? Das Rädchen? Nicht? Eine Mülltonne? Auch nicht? Heilung wäre jetzt geil. Und so viele Energydrinks haben die hier irgendwie gar nicht, ne? Ist hier Heilung drin? Ein geparktes Auto. Wie soll's auch anders sein? So, Kenny hat sich also verwandelt, weil der auch an den Pflanzen geschnüffelt hat. Was ich ziemlich dumm finde, weil er doch weiß, dass die Pflanzen die Ursache allen Böses war. Aber gut. Jeder, wie er mag, ne? Kann ich hier vorbei? Nee. Also wenn das jetzt bei jedem Kampf hier ist, ne, dann raste ich aus. So, wo muss ich denn hin? Oder einfach zu schlagen. Ach so, die Scheiben kann man nicht zerschlagen. Alles klar. Ach, die hat eh nur noch eine, Muni. Dann hat er was verdient. So sieht's aus. So sieht's aus. So, von außen soll's hier irgendwas geben. Ich hätte jetzt halt das Rädchen vermutet, aber ich kann's nicht öffnen. Ja, du bist auch durch hier, ne? Vor allem haben wir immer noch ein so-n-schlö-Ding. Hm. Hm. Es muss von außen irgendwas geben. Aber was? Aber was, frage ich euch. Hier ist halt nix. Grafik, mega gut, mega gut. Und ich komm hier nicht vorbei. Nee. Oh ja, jetzt. Dann schlag doch mal was vor. Schlagen. Hab ich doch auch schon vor, so. Tatsächlich. Aber. Nö. Als ob die Scheiben nicht existent wären. Das hier vielleicht. Ja. Und jetzt? Bitte drehen. Achso, falscher Knopf. An hier öffnen. Was? Oh Gott. Wo kommen die denn nun mal auf einmal her? Der kommt bestimmt auch gleich rein. Da kannst du mir nicht erzählen, dass es ihn hier zum Gittertor aufhält. Ah, der haut ab. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist doch schön. Wir werden hier gleich sterben. Ich geb mein Bestes. Achso, und der Prof steht einfach nur doof da, oder wie? Sehr schön. Medizin. Ja. Medizin wäre halt geil, wenn wir schon mal... hier sind. Die sind alle sehr gechillt dafür, ne? Die sind alle sehr, sehr gechillt. I'm ready for fight. So, ich will aber tatsächlich mal jetzt ein paar gesündere. Äh, ja. Und dann gucke ich jetzt... Ach, hier guckt meine Armbrust mit zwei so'n Dingern. Hmm. Hmm. Ich würde gerne bloß... Ich würde eigentlich ihm gerne das hier geben. So, sie kriegt dann von mir aus die Armbrust. Kann wahrscheinlich eh nicht damit umgehen. Das ist aber erst mal Nebensache. So, wir haben mehr Energie. Jetzt sag aber nicht, hier ist schon bald der Bosskampf. Das wäre ein bisschen... Da wären wir aber fix durch. Okay, das kann ich mir nicht anschauen. Die sind beide mir ja angeschlagen. Ich kann Dynamit herstellen. Ich kann Dynamit herstellen. Hiermit? Ah, ich... Ich glaube, ich weiß, was wir hiermit machen können. Aber okay. Das hebe ich mir mal auf. Werd ich wahrscheinlich eh nicht hinkriegen. Das hier sieht aus, als ob da gleich ein Vieh rauskommt. Aber okay. Warte mal. Hier ist eine Tür. Die blockiert ist. Und hier brauche ich auch wieder... Ich hab... Eigentlich haben wir noch einen im Inventar. Aber ich glaube, das ist auch nur ein Fehler. Hier ist was zum Wegschieben. Was es anscheinend nicht geht. Okay. Das kann ich irgendwie nicht verschieben. Oder es ist auch ein Fehler. Ich weiß es nicht. Das Spiel scheint gerade ein bisschen buggy zu sein. Ja! Hörst du mich? Ich glaube, es hackt. Alter, da kommen die aus dem Nichts. Gerade mal die Tür aufgemacht. Na ja. Dann sind wir halt bald alle tot. Ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Ne, ich will gerade noch nichts benutzen. Ich will erst mal hier gucken, ob wir irgendwo Medizin haben. Das wäre jetzt echt ganz toll. Natürlich nicht. Könnte Amy denn helfen? Oder wie? Vielleicht? Äh, was? Das war gerade ein ganz komischer Szenenwechsel hier. Das kann ich nehmen. Hier kann ich schauen. Schauen. Okay, wir gehen mal zu dem Rechner. Alles klar. Wir brauchen May, May, May. May, May. Ah! Warte mal. Den brauche ich. Den brauche ich. Safe brauche ich den. Hallo? Du hast hier gerade eine... Geh doch. Die heben wir uns mal für May auf. Weil wir die gleich brauchen. Die gutste. Hallo, hallo. La, 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 la. May, meine gutste. Geht's dir wieder besser? Komm mal mit. So. Und weil ich so ein netter Freund bin, werde ich dir noch helfen. Weil du das brauchst. Erstmal, ja. Erstmal. Sven, Sven, Sven könnte man denn mal fragen gleich. Aber erstmal machen wir hier mit May. Echt jetzt? Kommt die jetzt einfach immer? Ich dachte gerade, er schießt auf uns, ne? Das wäre mega kriebig... Kriepig. Kriepig geworden. Ähm. Oha. Warte mal, ich hab... ne andere Idee. Ich glaube, es ist nämlich... der gute Netsche. Nein, das ist er nicht. Ach. Ich hätte gedacht, es wären Netsche gewesen. Aber ich sehe kein Haar. Ja. Doof. Das ist, glaube ich, aber eh anders geschrieben, ne? Hier ist nämlich auch kein... Das kann ja aber nicht sein, oder? Fehl'n da nicht einige Buchstaben dann? Das kann ja nicht sein. Okay, also erst ist auf jeden Fall nicht Einstein. Ja, klar. Einstein macht natürlich mehr Sinn. Sind die Buchstaben auch alle dafür da? Ja, na klar. Dann ist es Einstein. Ey. Der Ton dazu. Wo? Natürlich. Weil ich hier voll durchblicke. Muss ich mir das merken? Komm.